ja hallo und schön dass ihr heute wieder dabei seid mir ist es ja eigentlich immer wichtig euch panzer zu zeigen die ihr so vielleicht noch nicht gesehen habt und dabei bin ich mal meine garage durchgegangen und habe mir dann diesen panzer entdeckt den ich euch noch nie hier auf dem kanal gezeigt habe und dadurch ändert sich das jetzt heute denn nun ist es zeit für den c1 arriert und so schaut dieser aus natürlich ist er hier schon komplett equipped also in seinem top tier elite zustand kann man sagen und in guter alter man mir bevor wir das video starten schauen wir auch noch auf die details ja es ist ein italienischer panzer mit einem smiley also ist ein lustiger italienischer panzer und die geschichte sieht wie folgt aus dieser kampfpanzer wurde hauptsächlich gebaut um italiens abhängigkeit von dem amerikanischen m60 a1 zu brechen zwischen 1995 und 2002 wurden 200 fahrzeuge mit dem namen c1 arriert produziert was übersetzt rambok bedeutet dieses italienische modell wurde hauptsächlich in westasien eingesetzt ja ist auch schon mal wort wir haben 527 schaden bei knapp 600 mm durchschlag schaden pro minuten 3726 und die nachherzeit beträgt achteinhalb sekunden trefferpunkte 2350 die wanne 326 365 40 und der turm noch mal ein bisschen besser 400 450 und 95 in dem fall alles aus verbundpanzerung höchstgeschwindigkeit knapp 65 km h 0 auf 32 macht er in sechs sekunden waren entschweckung 31,62 grad pro sekunde ja die tarnung so lala die zielerfassung dafür sehr ordentlich minus 9 grad kommt er runter das ist doch schon ein wert mit dem man dann da spaß haben kann ja das war's auch schon mehr machen wir gar nicht wie gesagt ihr habt ihr gehört und nun auch gesehen also in seiner besten ausstattung was es so gibt in dem fall wieder ohne retroplatz ohne insignien sondern so wie es den panzer dann erstmal normal zu kaufen gibt und jetzt springen wir in die runde pv mit dem arriert ja die operation der festung wurde uns dazu geschustert die armee der nationalpatrioten bringt chaos und verwüstung über eine friedliche stadt du wirst einiges zu tun haben wenn du versuchst fliehen den zivilisten schutz zu bieten und gleichzeitig einen gegenangriff auf die beine zu stellen ja das klingt auf jeden fall nach viel arbeit aber nichts was wir uns nicht zutrauen die verteidigungspunkte halten und zerstören den panzer an den straßensperren ist die nebenaufgabe so vielleicht schaffe ich es euch noch ganz kurz hier jetzt mal gucken wo ist denn das die hilfsleisten ist es das glaube das war es nicht was ich meinte da ist das dabei war sich aber ich finde diese zusatzleisten nicht deswegen naja halb so wild ich hatte sie ja mal aktiv ich weiß nicht warum es jetzt nicht mehr vorhanden ist halb so schlimm der war ich weiß dass der sehr sehr optimistisch war aber ich dachte wie cool wäre wenn der jetzt getroffen hätte naja das also ich hätte es jetzt richtig unglaublich gefeiert ja da helfen wir mal dem leo hier drüben so ein bisschen und auch die neuen hit points die nämlich da auch noch schnell raus gerade hier dass wir jetzt wirklich so ein dickes ding wieder haben bei vielen anderen bin ich ja immer so dass ich die kleinen schnell nehme und dann da auf die mütze bekommen hier doch dass wir jetzt so eine großen haben mit guter panzer und kann ich da jetzt auch wieder mal etwas offensiver spielen und brauchen jetzt nicht vor jedem schuss verstecken so nicht anwinkeln ganz wichtig in dem spiel wird mir immer wieder gesagt und ich versuche es auch immer umzusetzen was er mir hier sagt ganz klar wogegen denn der schuss denn das war ja ärgerlich dachte der klappt auf jeden fall auch mensch ja gut okay der hat jetzt aber mal ganz schnell ins gras gebissen der gute kamerad so da ist ein wiesel der wird jetzt gleich mal mit meiner panzer und seinen spaß haben ja du mich auch ja alles klar so was kommt da hinten noch da wartet schon der eine hier oben und erwartet sie viel mehr ja die geschwindigkeit von dem panzer ist jetzt nicht die höchste aber ist okay und auch die einzelzeit aber das wirkt alles so von von dem her für diesen doch etwas behebiger rennen alles ganz rund also jetzt nicht so dass ich sag man fühlt sich jetzt hier tierisch unwohl mit dem in dem schlachtfeld ganz schön viel rauch da vorne als wollte ich nicht den eigenen leo hier anschließt deswegen habe ich den schuss riskiert sonst hätte ich das normalerweise nicht so drauf geballert aber wie gesagt in anbetracht dessen dass ich sonst ein teammate attack gedacht mehr versuch ist es wert aber man hat gesehen nicht voll erfolg gegründet ja der ist aber hier mal optimistisch da wird sich besatzung aber freuen auf ihren gut gepolsterten sitzen wenn du so einen kleinen sprung hier einlegst so der dürfte hier gleich den aufmachen ja oder es geht sie schon auf noch ist da kein so ein schönes ziel ja man schließt obendrauf ist doch kein problem jetzt ja jetzt ja jetzt ja nein Blöder winkel Er langt jetzt hier bei dem rauch So kann ich auch wenn jeder hier meint er muss ja alles zu smoken dann machen wir das halt auch kein problem Jetzt doch mensch hat er sich noch blöd gedreht im richtigen augenblick Jetzt ja jetzt hat er sich im richtigen augenblick für uns richtig hingedreht sehr fein vielen dank dafür Haha Kannst mir gar nix kamerad Und den kill staub ich ab Na abrams Nein Na klar für mich steht er wieder doof und alle anderen können der mitsch machen Jo Oh oh hinter uns Da muss ich aufpassen Dass der mich jetzt nicht irgendwie großartig nervt Schön in die seite immer ballern Da macht es am meisten spaß hier hinter den ganzen raks Ja Vielen Dank Den kill nehme ich doch gerne an Und die nächste zone verteidigen das kriegen wir auch hin Wenige minuten ja alles klar kein problem Lasst euch zeit ich habe noch fast volle hit points ich fühle mich hier pudelwohl So alles gut Leo der macht es da für mich ganz ganz leicht Auch der ist gar kein problem So die frage ist wo kommt der rest kommen die auch wieder von hinten oder kommen die von anderen seite Ja von hier Nein ich dachte ich komme oben auf dem turm Jo in der fahrt Gehittet den kameraden auch gibt's schießt auf mich Schießt sich auch auf dich Na wer ist denn da Jetzt muss ich aufpassen dass er sich jetzt nicht noch zu creepy werde Jo ich finde es ist immer geil wie sie einfach dran wegfahren So von wegen so als ob die die gefahr nicht mehr da ist Zack auch du bekommst deinen treffer Und auch du nochmals schön seitlich Und da warst du schon ja war eine super entspannte Mission muss man mal sagen also die nehme ich doch gerne so an lief ganz entspannt Und da sieht man einfach mal wieder dass hier der schwierigkeitsgrad schwer Ja ja ich weiß nicht für wen das schwer sein soll ehrlicherweise Also ich finde es echt entspannt aber damit es muss in zukunft einfach mal keiner Knackiger werden also das ist jetzt nichts wo man gefordert wird da bin ich ganz ehrlich Sondern das ist so zum relaxten kopf aus und spaß haben Aber das sollte man eher auf leicht oder mittel aber doch nicht schwer Jungs und Mädels bei Armored Warfare und Mycom macht's da mal einen gescheiteren schwierigeren Modus Ja 11.300 Schaden knapp 7.000 gespottet damit sind wir vom Schaden der vorletzte Und von den xp auch aber wie gesagt hier sehr sehr eng wir drei hier beieinander der erste der Da war noch mal guten ausschlag nach oben mit 3000 xp und der letzte mit 2300 doch noch mal ordentlich weg So sieht das nettoergebnis aus ohne premium von dem her war es für mich eine angenehme spaßige runde Bei der ich euch hoffentlich ein wenig unterhalten konnte bis zum nächsten mal Euer Alcaramba Folge aber Wir brauchen eine ja